Dann haben wir jetzt hier ein Thema interaktives Modellieren. Ich lasse mal einmal durchlaufen, zum Überblick verschaffen. Die aktuellste und modernste Methode in 3D-CAD-Systemen ist das Interaktive Modellieren. Das heißt also im 3D-Fenster erzeugt man die Geometrie, als würde man zum Beispiel mit Lehm arbeiten oder so. Also indem man die Geometrie mit der Maus quasi anfasst und bearbeitet. Wir ziehen einen Kreis auf und drücken jetzt diese Tremex-Funktion und können dann das extrudieren mit an der Maus hängender Extrusion. Ich zeige nochmal kurz hier einen entscheidenden Punkt. Jetzt hängt quasi die Extrusion an der Maus und je höher wir das ziehen oder je tiefer, desto das ist dann halt das Ergebnis dieser Extrusion. Und das ist zum Beispiel für Entwürfe eine sehr leistungsfähige Geschichte. Das ist in vielen 3D-Systemen ein Problem, Entwürfe zu machen, weil die immer exakte Daten haben wollen und die hat man beim Entwurf teilweise ja gar nicht. Und da ist FreeCAD wirklich sehr leistungsfähig, dass man innerhalb sehr kurzer Zeit sehr komplexe Entwürfe erzeugen kann mit dieser interaktiven Modellierung. Und später kann man natürlich die Maße dann festsetzen. Wie gerade eben schon gezeigt, dass man also dann exakte Maße eingibt, wenn man konkreter wird in der Entwicklungsphase seiner Konstruktion. Kann man das dann immer weiter konkretisieren. Aber das ist hier so quasi die schnelle Methode und das ist im Prinzip mein Anliegen, dass man sehr schnell in FreeCAD arbeitet, wenn man da so unter Zeitdruck ist oder im kommerziellen Umfeld arbeitet, wo man da so danach beurteilt wird, wie schnell oder wie langsam etwas geht, dass man hier wirklich mit FreeCAD sehr gute Ergebnisse erzielt und schneller ist als andere THD-Systeme, weil es das kann. Und auch sehr angenehmes Arbeiten ist. Also es ist mit wenig Kopfschmerzen verbunden, weil man hier sehr entspannt arbeiten kann. Und was im Forum oder im YouTube sonst so propagiert wird, ist eigentlich der Mainstream Workflow, auch der bei anderen CD-Systemen eingesetzt wird, indem man 2D-Skizzen erzeugt und die parametrisiert durch Einschränkungen und durch eine bestimmte eingeschränkte Skizze. Da ist man allerdings an 2D-Geometrie limitiert und hat im Prinzip immer doppelte Arbeit, auch wenn man erstmal im Entwurf sich befindet und so weiter. Das habe ich ein paar tausend Stunden lang probiert und habe das dann drangegeben. Ich benutze diesen Sketcher halt auch für Kinematik und für spezielle Aufgaben, für transientiale Sachen oder so, aber der Rest ist hier viel schneller und viel intuitiver und moderner, weil diese Methode hier, dieses interaktive modellieren. Das ist die neueste Methode, die auch bei NX und bei SketchUp und so weiter heißt es Push-Pull zum Beispiel. Deswegen ist SketchUp überhaupt so erfolgreich geworden, weil es diese interaktive Bedienung hat. Das hat FreeCat auch. Das ist nur leider sehr wenig bekannt. So, das hier ist dann schon im Prinzip... Also jetzt haben wir ja noch das Beispiel, dass dann hier in diesem Daten-Tab, wie vorhin, man dann noch einen Wert eingibt oder ändert, dass man dann konkret wird und dadurch dann aus dem Entwurf dann eine exakte Konstruktion macht. Ja, das ist eigentlich alles. Also jetzt nochmal neu anfangen mit einer neuen Datei oder das alte löschen, ist egal wie. Und wieder in die Werkbank Aich wechseln und darauf achten, dass die Arbeitsebene auf... Ach, ne, die ist jetzt egal in diesem Fall. Das kann man so lassen. Das ist... Guck mal, ob wir da wollen. Obwohl, ne. Ist besser, wenn sie auf Top stellen. Sonst springt so um. Lassen uns sie auf Top-Stoff drauf sich stellen. So, dann gehen wir hier auf, äh, Erstellung... Kreis... Und können jetzt ohne eine Fang-Funktion ganz frei irgendwo hier, äh, den Kreis beginnen. Klick, linke Taste, aufziehen und, äh, irgendwo hinklicken, um den Kreis zu öffnen. Auch hier könnte man, wenn man wollte, hier den Radius, äh, eingeben per Tastatur. Also beides möglich. Aber erstmal hier so frei Hand, Freestyle, äh, Entwurfsmäßig irgendwo hinklicken. Und dann haben wir hier ein Kreis. Wenn bei irgendjemandem dieses Häkchen fehlt, durch vorherige Versuche, die man gemacht hat oder so, kann das sein, dann das bitte wieder setzen. Also dieses Häkchen muss hier gesetzt sein, dass wir hier eine gefüllte, äh, Ebene bekommen, ähm, damit wir die extrudieren können. Ansonsten kriegen wir nur einen, einen ungefüllten Kreis, den man nicht extrudieren kann. Hier weiß ich nicht so ein Volumenkörper. Kurz zur Begrifflichkeit. Wenn bei CAD von einer Ebene gesprochen wird, dann ist es irgendwas Flaches. So wie hier. Wenn von einer Fläche gesprochen wird, dann ist es irgendwas, in der Regel was geformtes, wie zum Beispiel ein Autokotflügel oder, ähm, meinetwegen, ähm, die Außenhülle von einem Fußball, ähm, die also eine Freiformfläche sein kann, die also geformt ist. Also bei Fläche, äh, äh, die kann beliebig geformt sein. Und der Sonderfall der Fläche, also eine gerade Fläche, die nennt man halt Ebene. Das, äh, äh, erwähne ich jetzt hier, um, ähm, eventuell, ähm, ähm, bei Erklärungen, ähm, besser zu verstehen, was gemeint ist. Jetzt erzeugen wir sich also eine Ebene. Und können dann über diese Funktion, die Trimax-Funktion, die also viele, viele, äh, Möglichkeiten hat, also nicht nur das, was wir jetzt hier damit machen, sondern auch noch andere Dinge, äh, können wir jetzt, äh, in dem Augenblick, wo das hier selektiert ist. Das sollte also selektiert sein, wenn man es erstellt hat. Wenn nicht, einmal anklicken. Dann hier auf diese Trimax-Taste drücken. Und, äh, äh, wenn wir jetzt, äh, senkrecht zur Arbeitsebene extrudieren wollen, dann müssen wir einmal die Z-Taste drücken, um diese Richtung zu erzeugen. Wenn die Arbeitsebene anders steht, ist das nicht notwendig. Aber hier ist in diesem Fall ist das so. Und das ist ja auch bewusst hiermit gestartet, damit nicht, äh, bei eigenen Versuchen jemand darüber stolpert, dass, äh, äh, hier im Kurs es funktioniert hat. Und wenn man selber was versucht, jetzt nicht, habe ich extra, äh, in diesem Fall gewählt, wo das Drücken der Z-Taste notwendig ist. So, in den anderen Fällen muss das nicht sein. Und dann hat man, äh, quasi, äh, es an der Maus hängen. Und wenn man mit der Maus jetzt rauf und runter fährt, dann, äh, wird dadurch die Extrusion definiert, wie, wie stark sie ist. Und in dem Augenblick, wo jetzt die linke Chance nochmal drücke, ist die Extrusion fertig. Und wir haben mit direkter Modellierung unseren ersten Volumenkörper erzeugt. Auch dazu gleich zu Anfang eine Erklärung. Wenn man sich vorstellt, dass man jetzt nur eine Hülle hätte, also diesen Deckel und diesen Mantel und unten Deckel, dann spricht man nicht von einem Volumenkörper, sondern von einer Shell, von einer Hülle. Das ist ganz entscheidend. Der Unterschied, das sieht von außen immer gleich aus. Man kann von außen so gar nicht erkennen, ist das jetzt hier ein Solid, also ein Volumenkörper, ein massiver Körper oder ist es ein hohler Körper, eine Shell. Sieht gleich aus, hat aber für spätere Änderungen große Auswirkungen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel was wegschneiden wollte, hier so eine Schräge abschneiden wollte, dann ist das Ergebnis natürlich ein ganz anderes, wenn das von innen hohl ist, als wenn das von innen massiv ist. Und das hat Auswirkungen auch bei 3D-Druck zum Beispiel. Viele 3D-Drucker arbeiten nicht mit Hüllen. Die wollen Volumenkörper haben. Dann wird das zwar noch umgewandelt in ein Netz, aber das ist dann halt entscheidend. Oder wenn man mit sogenannten Buhlschen Operationen später arbeitet, wo man also etwas zusammenfügt oder auch schneidet, vor allem beim Schneiden, ist das halt wichtig, dass es Volumenkörper sind. Aber das nur so vorweg, dass man das schon mal weiß im Hinterkopf, da gibt es Unterschiede, wo man später darauf achten muss. Also hier hätte man jetzt zum Beispiel einen Volumenkörper erzeugt. So, wenn man das mit der Maus ein bisschen dreht, dann sieht man, dass das 3D-Volumenkörper ist. Und wenn man jetzt hier in diesem Daten-Tab jetzt zum Beispiel unter dir den Wert Z verändert und dann die Enter-Taste drückt oder hier ins nichts klickt oder im Live-System bearbeiten, aktualisieren drückt, dann kann es sein, dass dann erst die 3D-Darstellung aktualisiert wird. Hier bei mir ist STRG R die Hotkey dafür. Bei Windows ist es glaube ich F5, das ist teilweise unterschiedlich, aber unter bearbeiten, aktualisieren ist es immer zu finden. Und dann ist dann die 3D-Darstellung spätestens aktualisiert. Ja. Ist jemand nicht bis hierhin gekommen? Sonsten kann man, dass man, dass man... Ja.